ja und herzlich willkommen zu einem neuen let's play heute mal mit einem deadmatch nach langer zeit mal wieder von fsim sean ich hoffe ich spreche das jetzt richtig aus werden wir mal gucken ob wir dieses deadmatch gewinnen gta5 red versus blue lego land hallo runter da vom grabstein das macht man nicht ich hoffe ich lose mich wieder total ab irgendwas fliegt da jetzt schon in der luft bevor es überhaupt schon losgegangen ist so okay wir sind schon mal auf der roten seite das ist schon mal sehr gut an die waffen und da spielt schon mal einer wieder mal nicht mit aber ich dachte schon das sind mir immer die liebsten aus dem auto auf der entfernung ist klar das ist doch schon mal gut jedenfalls haben wir schon mal den ersten kill auf unsere seite ich gehe lieber nach unten gibt es hier oben noch irgendwelche waffen natürlich nicht mal gucken online doch wir liegen vorne ich habe es gerade verwechselt oh mein gott jetzt steht schon wieder unentschieden nur wegen mir hier das gibt es doch nicht ein eindringling unter uns schnell weg hier online und die anderen haben schon neun ich habe das holen wir doch locker auf oder hilfe ich habe mich verlaufen nein so die keller schächte hier richtig schlau gemacht alles finde ich richtig gut ja nicht da man wie idiot aha ich schieße ihren kopf und dann ein schuss genügt und die kriegt mich oder was das ist doch nicht noch na gut aber leute ich suche keine ausreden das ist tatsächlich so irgendwas stimmt hier nicht bei mir ich habe hier immer irgendwie die arschkarte gezogen ja 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 der kennt seine eigene map am besten ne schwein komm raus da oh mein gott oh mein gott weg da der kerl versteckt sich dahinter weg da so man 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 die anderen liegen trotzdem fünf vor uns leute wir müssen uns beeilen hilfe 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 der andere ist hier drin leute wo kommen die runter rechts oder links die leute die leute hier spawnen wo du selbst auch spawnen das geht nicht du brauchst wenigstens ein kill was die anderen nicht haben also kein eins zu eins kill so das ist mir hier zu gefährlich leute was ist das ich bin ja einer der sich lieber in sicherheit wiegt ok da ist einer so sagen wir hier mal schnell die waffen ein so spawnt hier oben auch keiner nein wir sind schon wieder hinten das gibt es doch nicht ich glaube das liegt an den aufnahmeprogramm irgendwas stimmt da nicht immer wenn ich aufnehme grundsätzlich dann liegen wir hinten oh mein Gott hier kommt einer hoch oh jetzt liegen wir sogar zehn hinten aber gemeinsam verlieren macht stark wenigstens nicht alleine oh das gibt es doch nicht ey das gibt es doch nicht ey aha ey dieser der schmeißt immer Bomben nichts anderes kann der ah lego land wonder da kacke hier ey der hat sich irgendwo versteckt ja schon klar auf seiner eigenen Map ey dass er sich da verstecken kann weil er weiß wohin und wie und was sterbe ich jetzt wenn ich hier runter fliege ich hoffe nicht oh mein Gott was ist das hier kriege ich das hin kriege ich das hin schnell bevor mich jemand abknallt alter die liegen bei 20 vorne der hängt da hinten ja genau da hat der gehangen wo ist der ah siehste das ist der Vorteil wenn man die eigene Map hier gemacht hat das dass man sich hier echt drin auskennt und dass er weiß wo er stehen muss um die anderen zu töten ey ja siehste der versucht mich zu kriegen weil er weiß dass ich hier drin hänge das wird er natürlich auch schaffen das wird er natürlich gleich auch schaffen aber er hat immer einen Heimvorteil und das finde ich richtig scheiße ey Leute hinter dir ist eine Bombe Hilfe Hilfe ich bin im feindlichen Gebiet Hilfe Hilfe ich bin im feindlichen Gebiet schnell schnell oh geh doch mal hoch da irgendwo jemanden den ich wegjagen kann hinter mir kommt hier einer hoch oh mein Gott oh mein Gott oh mein Gott Lego Wonderland probiert das mal selber also ich finde die an sich ist das ja richtig geil hier gemacht irgendwie aber irgendwie es ist mal wieder scheiß und das ist schon wieder abgelost aber egal das ist meine Devise ich nehm auf was wirklich geschieht und lad nicht nur hier die guten Sachen hoch nur wenn ich gewinne nein ich lad alles hoch und wenn ich hier total ablose was ich in letzter Zeit irgendwie öfter mal tue das ist mir scheißegal hier wird alles ungefiltert hochgeladen oh mein Gott 20 gewonnen haben die anderen Leute Leute manchmal verlieren wir manchmal gewinnen die anderen so ist das halt oh das wars verloren 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 aber wir gehen erhobenen Hauptes hier raus egal was passiert ahhh ich verzweifle hier langsam das gibt's doch nicht oh man 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 ja meine freunde das war eine neue folge gta online und ich hoffe ihr seid auch beim nächsten mal wieder dabei wenn es heißt let's play gta online mit steini hb das ist wie das ist das ist Bis zum nächsten Mal.